Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der dritte Spieltag in den letzten beiden Staffeln steht an, deswegen gibt es dann tatsächlich die ersten richtigen Entscheidungen. Ich muss noch kurz dazu sagen, beim Spiel Duisburg gegen Dortmund ist mir ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Ich habe die Transferaktualisierung bzw. ich habe ein Transferupdate runtergeladen. Dementsprechend sind jetzt keine Legenden dabei und Meunier beispielsweise beim BVB ist auch nicht dabei. Für dieses Spiel ist das hoffentlich in Ordnung. Jetzt soll es aber losgehen. Viel Spaß mit dem ersten Spiel Stuttgart gegen Karlsruhe. In dieser Südwestgruppe ist tatsächlich fast noch alles möglich. Ein Ausscheiden, ein Qualifizieren direkt fürs Viertelfinal oder die Zwischenrunde. Alles ist hier wirklich drin. Und der VfB Stuttgart wollte gegen den KSC gar keine Fragezeichen aufkommen lassen und erstmal die eigenen Hausaufgaben erledigen. 35. Minute, die Davi mal mit einem Ausrufezeichen. Mit dem rechten Fuß scheitert er hier aber noch an Gersbeck, der sich ganz lang streckt und gut pariert. Doch auch der KSC hatte noch Ansprüche und spielte nach vorne. Flanke von rechts kann nicht gut geklärt werden. Jerome Gondorf kommt gegen Bad Stuber nicht durch, aber Haafort. Die Legende schlägt um ein Haar zu. 45. Minute hätte aber etwas weiter nach rechts gemusst. Dieser Abschluss. Springen wir in den zweiten Durchgang. Der VfB Stuttgart war etwas näher dran am Führungstreffer. Kakao mit Mangala im Zusammenspiel. Kalejcic nochmal zu Endo. Kakao schneidet den Ball richtig gut an in der 52. Minute. Und viel hat da nicht mehr gefehlt, auch wenn es im Ansatz ungefährlich aussah. Auch Gersbeck verschätzt sich da. Der findet fast den Weg ins lange Eck. Und Karlsruhe, plötzlich kam sie auf. Gral mit der Parade. Trotzdem nochmal der KSC. Choi, Abschluss von Alexander Greus. Und das 1 zu 0 in der 57. Minute. Schockstarre beim VfB. Das können sie sich nicht erlauben. Und Karlsruhe damit vorbei an Stuttgart. 20 Minuten knapp noch auf der Uhr. Mangala. Kalejcic. Stark von Gersbeck. Der Treffer wollte bis dato noch nicht fallen. Wir springen in die Schlussphase. Der VfB erhöhte jetzt richtig den Druck. Weiter Schlag. Quergelegt von Silas zu Kakao. 83. Minute. Das erlösende 1 zu 1. Für den VfB Stuttgart. Wieder vorbei an Karlsruhe. Und das war's. Und jetzt muss man parallel schauen, was Mannheim gegen Kaiserslautern macht. Waldhof Mannheim hat es also in der eigenen Hand. Ein Sieg würde lang, um Erster zu werden und damit direkt ins Viertelfinale einziehen zu können. Sonst winkt eventuell die Zwischenrunde. Der 1. FC Kaiserslautern aber präsentierte sich nicht wie ein Tabellenletzter. Und ging in der 5. Minute durch Florian Pick auch mit 1 zu 0 in Führung. Waldhof Mannheim ordentlich überrascht. Und jetzt musste man aufpassen. Mit einer höheren Niederlage würde sogar Karlsruhe mit dem 1 zu 1 vorbeiziehen. Aber Mannheim um die direkte Antwort bemüht. Und da kam sie schon. Jan-Luca Korte in der 12. mit dem 1 zu 1 Ausgleichstreffer. Man war jetzt wieder dran. Punktgleich mit dem VfB. Aber ein Tor weniger erzielt. Halbzeit stand 1 zu 1. Die Anfangsphase hatte es richtig in sich. Dann aber verflachte das Niveau doch deutlich. Im 2. Durchgang wollte Mannheim dann keine Fragezeichen offen lassen und in Führung gehen. Koffi legt zu Korte flacher Pass. Der geht einfach durch. Und er wird auch als Torschütze gelistet. Auch wenn Guaida den Ball noch über die Linie schiebt. Er war schon mit vollem Umfang drüber. Zumindest sagt das die Statistikabteilung. Dem wollen wir dann mal Glauben schenken. 2 zu 1 also für Mannheim. Und hier die Möglichkeit für Hofrat gegen Spahic. Alles klar zu machen. Auch Aftus Spahic mit einer richtig guten Parade hält hier den 1. FC Kaiserslautern. Ergebnistechnisch im Spiel. Und Kaiserslautern kam dann auch nochmal nach vorne. Fritz Walter am Ball. Treibt an. Pick zu Bachmann. Timmy Thiele und Bachmann. Was für ein Pass. Das Sickinger. Der macht das 2 zu 2 in der 83. Minute parallel dazu. War der VfB Stuttgart ebenfalls zum Ausgleich gekommen. Und das bedeutet Punkt, Tor, Gleichheit und der direkte Vergleich ebenfalls unentschieden. Es wird gegen Mannheim und Stuttgart also noch ein Elfmeterschießen gehen. Darum wer in die Zwischenrunde und wer ins Viertelfinale einzieht. Für den FC Schalke 04 geht es noch darum, den zweiten Tabellenplatz einzufahren. Sollten sie mit zwei Toren Unterschied gewinnen, dann ist das auch gewährleistet. Der erste Platz ist rechnerisch aufgrund des Duells Duisburg gegen den BVB nicht mehr zu betrachten. Aber es ging gut los. Die 32. Minute Benito Rahmann mit dem 1 zu 0. Schalke spielte richtig gut auf und hatte dann hier den verdienten Führungstreffer auf dem Fuß. Der VfL Bochum ergab sich aber als Tabellenletzter nicht kampflos und kam auch nochmal zu einer Möglichkeit vorm Pausenpfiff. Robert Heschel hier über die rechte Seite, wird das ganz locker und gutes Spiel. Tarsis Bonga mit der Flanke, Dani Blum, aber scheitert in der 41. an. Ralf Fährmann, der da zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stand und den Ball parierte. Aber Schalke brauchte bestenfalls dieses Tor, das zweite Tor, um eben den zweiten Platz zu holen. Egal dann, was parallel passiert. Marc Utz mit dem Pass, der sehr gut ist, aber Manuel Riemann schmeißt sich rein und verhindert die 2 zu 0 Führung. Deswegen ging es mit dem 1 zu 0 in die Pause. Und auch in die zweite Halbzeit, der FC Schalke 04 macht jetzt wieder mehr nach vorne. Marc Utz sieht er besant aus, spitz im Winkel bringt er den Ball im Tor unter. 55. der Däne mit dem 2 zu 0 und jetzt wusste Schalke, das ist zumindest der sichere Platz 2. Ein noch höherer Sieg könnte potenziell sogar zum ersten Tabellenplatz führen, aber das ist doch eher unrealistisch. Obwohl hier die Chance doch mal bestand. Maxim Leitsch ist dazwischen, aber verhindert das 3 zu 0. Hat etwas Glück, dass von seinem Knie der Ball am Tor vorbeigeht. Es blieb also beim 2 zu 0. Das heißt, für Schalke ist maximal Platz 2 drin, aber auch minimal Platz 2. Nach oben, nach unten werden sie sich nicht mehr bewegen können. Dem MSV Duisburg würde ein Unentschieden dementsprechend reichen für den ersten Tabellenplatz sogar aufgrund des besseren Torverhältnisses. Der BVB muss hier gewinnen, wäre sonst komplett raus. Also es ist jetzt ein Hopp oder Top bei Schwarz-Gelb und sie spielten Top. So viel kann man sagen. Ausrufezeichen in der 11. Minute von Emrit Can. Super Spannschuss, der den Weg oben links in den Winkel findet. Super Einstieg in diese Partie. Und Dortmund überrollte den Meidericher SV. Brand mit dem Ball zu Thorgan Hazard. Der tritt nochmal rauf. Julian Brand mitgelaufen. Haaland alleine vorm Kasten. 0 zu 2. 16. Minute. Die Partie war hier jetzt schon in eine gewisse Bahn gelenkt. Die der MSV Duisburg nur noch schwer umleiten konnte. Und der BVB wollte noch einen drauflegen. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Hazard, Flanke, nicht schlecht. Und Sancho fasst mit dem 3 zu 0. Doch Weinkauf hat etwas dagegen. In der 36. Minute hält seine Mannschaft im Spiel. Es fehlen ja, in Anführungszeichen, nur zwei Tore. Dann würden sie weiterkommen. Aber es sah nicht so gut aus, was sie nach vorne produzierten. Und Dortmund machte nach vorne einen nach wie vor richtig guten Job. Jelden Sancho treibt an. Emrit Can zieht den Strafraum ein. Hat Platz. Kann sich drehen, wie er will. Haaland die Übersicht. 0-3, 56. Und jetzt musste der MSV sich langsam möglicherweise damit beschäftigen, wie es ist aus dem Wettbewerb auszuscheiden. Denn drei Tore gegen diese Dortmunder, das wird doch verdammt schwer. Der BVB hörte nämlich nicht auf. Wieder Can. Der war wirklich an ziemlich viel beteiligt. Sancho 0-4, 66. Jetzt wurde es richtig heftig für Duisburg. Ja, bis dahin in der Defensive super aufgestellt waren. Jetzt sind es vier Tore auf einen Schlag. Zumindest den Ehrentreffer aber wollten sie erzielen. Bitter mit der Flanke. Kopfball Ben Baller. Aber es zeigte, dass nicht viel zusammen ging. Natürlich kein Kopfball. Müsste ein Flugkopfball ansonsten auf der Höhe gewesen sein. Nein, es war ein Schuss mit der Innenseite. Aber er fand den Weg eben nicht ins Tor. Und der BVB. Er kam noch einmal in der Schlussphase. Haaland legt quer zu Axel Witzel. 0-5, 86. Minute. Der BVB sicherte sich damit endgültig verdientermaßen. Den ersten Tabellenplatz zieht aus Liga West. Dann ins Viertelfinale ein. Schalke als Tabellenzweiter. Der BVB muss dann noch in die Zwischenrunde. Das soll es aber von ihr gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Und ein Abo da würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Adios.